Herzlich Willkommen hier wieder auf dem Kanal der Chartsektor. Es ist jetzt schon vier Wochen her, dass wir das letzte Mal ein Video hochgeladen haben. Woran lag das? Ich habe Urlaub gemacht in Miami, in Florida und habe da unter anderem den Start einer SpaceX-Rakete mit echten Astronauten zur internationalen Raumstation live anschauen dürfen. Und in diesem Zeitraum war aber diese Rakete nicht das Einzige, was Richtung Orbit geschossen wurde, sondern der komplette Kryptomarkt ist auch wirklich komplett durch die Decke gegangen. Und seit unserem letzten Krypto-Update ist einiges passiert. Damals stand der Bitcoin noch bei um die 30.000 Dollar. Wir sind auf Allzeit hoch beim Bitcoin, aber auch andere Coins, Altcoins sind komplett durch die Decke gegangen. Im heutigen Video soll es einfach mal ein Update zum Kryptomarkt geben. Wir haben ja jetzt auch nochmal eine kleinere Korrektur gesehen und wir wollen die Frage beantworten, sollte man jetzt nachkaufen? Wo lohnen sich noch Nachkäufe oder Käufe? Und einfach ein kompletter Gesamtblick zum Kryptomarkt. Insgesamt muss man ja sagen, die Videos, die es auf YouTube vor allem gibt oder auch auf anderen Social Media Plattformen, insbesondere zu Krypto, die sind sehr, sehr emotional, sehr viel Clickbait auch. Und es wird immer von extremen Zahlen gesprochen. Es gibt immer so ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken. Das stört mich so ein bisschen. Also entweder du bist kompletter Moonboy oder du sagst, Krypto ist total wertlos und geht bald auf 0 Dollar alles. Also alles eine komplette Blase und geht auf 0 Dollar und kannst dir sowieso knicken. Ich möchte das Ganze ein bisschen rationaler angehen. Also ich gebe wirklich hier eine ganz rationale Meinung dazu, meine Szenarien dazu, was ich erwarte, was der Kryptomarkt in den nächsten zwölf Monaten circa machen sollte und dann so einen längerfristigen Ausblick noch zusätzlich. Und bevor wir uns jetzt den Bitcoin anschauen, noch einmal ganz kurz der Hinweis. Wir posten jede Woche auf unserem Telegram Newsletter ein Update zu Bitcoin. Eine Chartanalyse zu Bitcoin mit den neuesten Entwicklungen und unseren nächsten Kurszielen. Im Newsletter haben wir den bisherigen Verlauf von Bitcoin perfekt prognostiziert. Jede Korrektur, jede Zone war da mit drin. Ihr könnt gerne einmal beitreten. Der Link ist in der Videobeschreibung und könnt euch selber überzeugen. Die ganzen alten Updates sind da noch drin. Da ist nichts irgendwie verändert worden oder sonst was. 100% transparent an dieser Stelle. Jetzt wollen wir uns aber anschauen, was hat denn der Bitcoin seit unserem letzten Update gemacht. Und das letzte Update kam ungefähr zu dem Zeitpunkt, als wir hier aus dieser Range ausgebrochen sind. Also um die 30.000 Dollar standen wir da. Und wir hatten damals dann gesagt, wir gehen davon aus, dass wir hier erstmal in die erste Korrekturzone laufen. 48.000 hier dieses letzte Verlaufshoch des Abwärtstrends aus März 2022. Da hatten wir dann auch eine relativ saubere Korrektur. Spannend ist, das war so um diese Zeit rum, wo wirklich auch die offizielle Bitcoin ETF Zulassung war. Also das war so ein kleines Sell-the-News-Event, was aber dann auch relativ schnell gestoppt wurde. Also der Abverkauf wurde relativ schnell gestoppt. Und wir hatten dann wirklich diese darauf folgende Rallye, die uns dann wirklich in Richtung neue Allzeithochs katapultiert hat. Und was jetzt relativ spannend ist, die komplette Bitcoin Rallye, die wir seit Ende 2022, vor allem aber auch Anfang 2023 haben, die besteht hier aus diesem kurzfristigen Aufwärtstrend im Bitcoin. Und wir haben hier wirklich relativ gleichmäßige Korrekturen und Impulse. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal einen Blick werfen auf die Korrekturen, die wir in diesem Aufwärtstrend bisher hatten, dann fällt uns auf, dass die wirklich relativ gleich sind. Also das heißt, wir hatten hier beispielsweise im Februar 2023 minus 22,45%, hier minus 19,99%, hier minus 21,4% und hier minus 20,88%. Das heißt, immer um die 20%, hier wirklich jedes Mal, wenn wir eine Korrektur im kurzfristigen Trend hatten. Und wenn wir uns jetzt mal die aktuelle Korrektur anschauen, die ist ja auch grundsätzlich eine Korrektur des kurzfristigen Trends. Dann sehen wir, wir hatten bisher eine Korrektur von 17,82%. Es würde also niemanden wundern, wenn wir diese Korrektur nochmal ein Stückchen ausweiten. Also das heißt so in Richtung 58.000, bevor wir dann eben hier diesen nächsten Impuls, diesen nächsten Aufwärtsimpuls in dann nochmal neue Allzeithochs starten. Dazwischen können wir natürlich auch sehr gerne eine Seitwärtsphase etablieren. Das wäre grundsätzlich zeitlich gesehen kein Problem, wenn wir jetzt beispielsweise so eine Korrektur hier hinlegen. Also das heißt, dass wir nicht so im Ausmaß wie Januar 2024 eine Korrektur starten, die nur einige Tage dauert, sondern dass wir wirklich diese Korrektur langsam bauen und dann umso stärker nach oben ausbrechen, sodass wir dann wirklich bis Ende des Jahres nochmal eine saubere Rallye im Bitcoin sehen. Das ist hier mein kurzfristiger Blick auf den Bitcoin. Das bedeutet, mein Primärszenario besteht darin, dass wir diese Korrektur jetzt abarbeiten, noch bis ungefähr 59.000. Das heißt auch hier passend zur Marktsymmetrie. Alternativ kann der Bitcoin natürlich auch mehr als 20% korrigieren. Die nächste wichtige Zone wäre dann hier um die 48.000. Also das würde dann quasi in Kraft treten, wenn diese Grenze um die 20% nicht halten sollte, wir da keine Gegenreaktion sehen und der Bitcoin wirklich einmal komplett durchrutscht. Das wäre aber deutlich unwahrscheinlicher als eben dieses Primärszenario mit einer Korrektur von um die 20%. Einfach, weil das die Geschwindigkeit des bisherigen Trends komplett widerspiegelt mit diesen 20% Korrektur pro Korrektur. Und was in so einer Situation dann eben auch immer wieder spannend ist, ist, dass wir uns einfach mal anschauen, was hat der Bitcoin denn in den vergangenen Jahren gemacht in ähnlichen Situationen. Also was ist in den vergangenen Jahren passiert, als wir solche markanten Allzeithochs herausgenommen haben. Also es gibt eine Grundregel, die heißt, wenn ein Allzeithoch länger als ein Jahr her ist, dann gibt es eine mittelfristige Korrektur am Allzeithoch, wenn dieses Allzeithoch wieder erreicht wird. Das gilt sowohl für Aktien als auch für Kryptowährungen. Das bedeutet, man kann sehr stark damit rechnen, dass wenn ein solch markantes Allzeithoch, was auch wirklich schon einige Monate her ist, nochmal getestet wird, dass es da gewisse Gewinnmitnahmen gibt. Überlegt euch einfach mal aus psychologischer Sicht, wenn ihr jetzt hier gekauft habt, hier irgendwo in dem Bereich, also hier dieser komplette Bereich vor allem, da kann ich mich noch erinnern, im Jahr 2021 haben sehr viele Privatanleger auch gekauft. Die haben hier ihre Kryptos gekauft, die waren jetzt ewig lange, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fast vier Jahre lang waren die teilweise hier im Minus mit ihren Kryptowährungen, mit ihren Bitcoins. Und die sind natürlich jetzt froh, wenn sie hier wieder mit einem kleinen Plus und ohne Verlust rauskommen. Und das führt dann natürlich zu kleinen Gewinnmitnahmen, zu einer kleinen Korrektur, weil der Markt muss diese Verkaufsorders natürlich erstmal abarbeiten, bevor dann eben wieder die Kauforders überhand nehmen und wir den nächsten Impuls quasi sehen können. Das ist also relativ spannend, wenn man sich da mal so ein bisschen Gedanken drüber macht. Man kann sich eben hier auch sehr gut der Vergangenheit bedienen und sich einfach mal anschauen, was hat denn der Bitcoin spezifisch jetzt in der Vergangenheit gemacht, weil grundsätzlich natürlich Abpraller am Allzeithoch schön und gut. Aber was hat speziell der Bitcoin in der Vergangenheit bei vergangenen Allzeithoch-Tests gemacht? Und da können wir uns eben zunächst mal hier diese Rallye 2020 anschauen. Da hatten wir eben hier das Allzeithoch bei um die 19.500 Dollar und es hat hier wirklich drei Jahre gedauert, eins, zwei, drei, bis wir dieses Allzeithoch wieder rausgenommen haben. Man muss hier aber dazu sagen, hier gab es auch eine deutlich tiefere Korrektur zwischendrin, die an sich so nicht natürlich ist. Also das gab es beim Bitcoin in dieser extremen Form davor noch nicht so wirklich. War halt auch wirklich dieser Corona-Crash. Also das war eine Ausnahmesituation. Sehr viel Liquidationen bei eigentlich allen Asset-Klassen. Also es gibt auch viele Asset-Klassen, viele Aktien, wo man diese Bewegung rausstreichen muss, einfach weil sie das komplette Chart-Bild gar nicht wirklich bestimmen und keine Aussagekraft mehr heute haben, trotzdem aber hier im Chart zu sehen sind. Also man kann sich eigentlich diese komplette Bewegung, die wir hatten im Corona-Crash und danach diese V-Umkehr, die kann man sich rausrechnen und dann hat man hier im Endeffekt diese Rallye direkt. Also wenn wir uns hier diese Bewegung rausrechnen. Also das heißt, sonst vom Chart-Bild hier relativ ähnlich zur aktuellen Rallye. Und die Korrektur, die wir hier am Allzeit-Hoch hatten, die war wirklich relativ mau. Also das waren wirklich ganz kleine Kerzen, die relativ wenig an Korrektur gebracht haben. Da ist die aktuelle Korrektur schon etwas weiter fortgeschritten. Wie gesagt, man muss hier aber dazu ziehen, dass wir hier diese Ausnahmesituation hatten mit dieser Seitwärtsphase im Corona-Crash, mit diesem tiefen Abverkauf. Ich finde, am ähnlichsten zur aktuellen Situation ist das Chart-Bild von 2013 bis 2017. Wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, wir hatten hier auch eine saubere Korrektur, dann hatten wir hier diese Bodenbildung, wir hatten den Ausbruch, wir hatten hier eine relativ lange Seitwärtsphase, ähnlich auch wie jetzt bei uns 2023 und dann ein Retest, dann Richtung Altertuch und dann eine ordentliche Korrektur. Und so in diesem Ausmaß kann ich mir das sehr gut vorstellen für die aktuelle Rallye. Das passt auch wirklich von den Jahreszeiträumen, also das heißt, in welchem Quartal wir uns befinden, sehr, sehr gut ins Chart-Bild. Also damals waren wir hier wirklich auch um die Ende März, als wir hier dieses Allzeit-Hoch rausgenommen haben. Wir sind nochmal auf ein neues Allzeit-Hoch ausgebrochen. Dann hatten wir hier diese Korrektur und dann hatten wir hier wirklich eine massive Rallye-Fortsetzung nach oben haben, markante Allzeit-Hochs generiert. Und diese Situation, die ist, wie ich finde, sehr ähnlich charttechnisch zu unserer aktuellen Situation. Wir hatten hier im Tiefsohn eine Korrektur von minus 33%. Hier war aber auch die Marktsymmetrie etwas anders. Also hier hatten wir auch davor schon eine ähnliche Korrektur mit minus 40%. Da war die Marktsymmetrie anders als aktuell. Aber was diesen Test der Allzeit-Hochs angeht, da sind wir hier sehr, sehr ähnlich unterwegs wie aktuell. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, diese Blicke auf ehemalige Korrekturen, die sind natürlich nur ein gewisses Hilfsmittel, damit man sich mal in gewisser Weise eine Rallye vorstellen kann, wie sie denn jetzt aussehen könnte und man so einen gewissen Vorstellungsrahmen hat, um seine Szenarien besser evaluieren zu können. Ansonsten zählt natürlich das hier und jetzt nochmal etwas mehr. Also das heißt, wenn die Korrektur bzw. die Rallye jetzt komplett anders ausfallen sollte, wie in der Vergangenheit, dann müssen wir das nochmal neu evaluieren und neue Szenarien bilden. Aber bisher, und das muss man einfach so sagen, hält sich der Bitcoin perfekt an seine Zyklen und läuft perfekt nach Plan. Also warum sollte man diese Information eben hier nicht für sich nutzen? Dementsprechend kommen wir hier mittelfristig zur ganz klaren Annahme, dass der Bitcoin hier diese kurzfristige, mittelfristige Korrektur schon bald abgeschlossen haben sollte und dann hier bis April schon zum nächsten Allzeithoch ansetzen sollte. Das passt sowohl kurzfristig als auch mittelfristig als auch langfristig. Und dieser Impuls, der sollte dann hier wirklich im Laufe des Jahres in Richtung 100.000 Dollar gehen, bis hoch auf bis zu 175.000 Dollar. Das ist so unsere aktuelle Kurszielzone, die wir haben in Bitcoin, also unteres Ende sind 100.000 Dollar. Dieses Kursziel kommt vor allem von der psychologischen Seite, also dieses Round Level 100.000 Dollar ist ein sehr, sehr, sehr markantes Level. Solche Levels werden dann eben oft auch gespielt als Gewinnmitnahmen und dementsprechend sind die doch sehr relevant. Und auf der Oberseite haben wir 170.000, 175.000 Dollar. Das ist unsere Zielzone. Wir können natürlich auch darüber, da sage ich auch nicht Nein dazu, wenn wir darüber laufen sollten. Und dieses Szenario gilt so lange, bis der mittelfristige Trend beim Bitcoin bricht. Und das wäre der Fall bei unter 38.600 Dollar. Also wenn wir dieses Tief hier von diesem Sell-off-Event nach dieser Bitcoin-ETF-Zulassung, wenn wir das tief rausnehmen, da ist dann dieses Szenario nicht mehr intakt und dann müsste man die komplette Situation beim Bitcoin neu bewerten. Jetzt haben wir uns den Bitcoin angeschaut und jetzt müssen wir uns natürlich auch verschiedene Altcoins anschauen. Beziehungsweise wir müssen uns den Altcoin-Markt im Gesamten anschauen. Was machen wir hierfür? Wir schauen uns die Total Indizes an. Wir haben hier einmal den Total One. Dieser Index beinhaltet sowohl den Bitcoin als auch Ethereum und die wichtigsten anderen Altcoins. Dadurch, dass Bitcoin aber eine so extrem hohe Market Cap hat, ist dieser Index relativ wenig aussagekräftig für unsere Altcoins. Wir greifen deshalb auf den Total Two und Total Three Index zurück. Der Total Two Index nimmt den Bitcoin raus und hat somit Ethereum als wichtigste Komponente mit dabei. Bedeutet natürlich auch, dass die anderen Altcoins immer noch relativ wenig Gewichtung haben, aber wir kriegen hier natürlich trotzdem einen nochmal besseren Blick auf den Altcoin-Markt, auch weil eben Ethereum der Taktgeber für die anderen Altcoins ist. Und wir sehen hier sehr schön, wir hatten hier diese Bodenbildung und diese Bodenbildung hat dazu geführt, dass wir jetzt hier diese Rallye gestartet haben. Wir sind hier noch nicht auf Allzeit hoch, aber auch hier gilt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier auf Allzeit hoch laufen, ist extrem hoch. Und wir haben hier im Endeffekt eine Situation ähnlich wie die Situation im Bitcoin, als wir dieses Verlaufshoch aus dem März 2022 getestet haben. Das heißt, wir sind hier so ein bisschen, wenn man das so sagen kann, drei bis vier bis fünf, sechs, sieben, acht Wochen hinter dem Bitcoin zurück. Und das bedeutet, dass wir diese Rallye, die wir im Bitcoin gesehen haben, schon vor acht Wochen, also in den letzten acht Wochen, die können wir auch erwarten hier beim Total-2-Index, beziehungsweise bei Ethereum und danach eben auch bei anderen Altcoins. Das kann man sich immer so vorstellen, der Bitcoin, der gibt das Grundsignal und das wird dann weitergegeben wie so Dominosteine nach hinten an die Altcoins, an Ethereum und dann eben die anderen Altcoins. Und für mich ist auch der komplette Altcoin-Markt extrem bullish. Ich hatte ja bereits Anfang 2023 25.000 Euro in Altcoins gesteckt, also auch Bitcoin, aber eben primär Altcoins. Und hier sind die Chancen in meinen Augen noch deutlich attraktiver, als es der Fall ist beim Bitcoin, weil hier sind wir wirklich schon auf Allzeit hoch. Und das Kryptoportfolio, was wir mit 25.000 gestartet haben, ist inzwischen bei über 100.000 US-Dollar, beziehungsweise über 100.000 Euro angelangt. Und damit bin ich sehr zufrieden, aber ich denke trotzdem, wie gesagt, dass da noch einiges möglich ist. Es gibt auch, wie gesagt, im Altcoin-Bereich noch einige Chancen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, folgt uns gerne einmal auf Instagram und aber auch auf Telegram. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung. Checkt da gerne mal unsere ganzen Socials aus, damit ihr immer up-to-date bleibt. Wir hauen auch genügend kostenloses Wissen raus, was ihr für euch nutzen könnt. Und jetzt wollen wir uns eben nochmal den Total-2-Index anschauen, wobei ich natürlich dazu sagen muss, der ist auch wirklich sehr ähnlich wie der Total-2-Index. Auch hier sind wir so ein bisschen in dieser Situation, dass wir gerade hier auf diesen Hochs aus März 2022 hängen. Also noch nicht ganz so hoch wie beim Total-2-Index. Aber auch hier haben wir natürlich dann dementsprechend mehr Potenzial nach oben. Also das heißt, hier könnte die Market Cap auch so in Richtung 2,5 Billionen gehen, um diesen Trend dann eben fortzusetzen, diesen langfristigen. Und da haben wir eben auch sehr, sehr gute Chancen. Jetzt möchte ich aber nochmal ganz kurz darauf eingehen, was für Setups spielen wir denn am liebsten am Kryptomarkt. Also es gibt ja unfassbar viele Kryptowährungen da draußen. Für mich persönlich ist es ein relativ einfaches Spiel, wie ich meine Kryptowährungen auswähle. Ich verwende 0,0 fundamentale Analyse für den Kryptomarkt, weil es in meinen Augen komplett sinnlos ist, in einen so kurzlebigen Markt mit Fundamentalanalyse zu gehen. Also wenn ich jetzt langfristig investiere, meinetwegen. Aber ich möchte eben wirklich immer nur diese Bullenzyklen mitnehmen. Und die Korrekturen, die möchte ich nicht mitnehmen. Das heißt, ich bin kein blinder Hodler und mit Diamond Hands, sondern ich verkaufe meine Kryptos auch wirklich aktiv. Beispielsweise wenn jetzt dieser Zyklus, der bis 2025, Anfang 2025, Ende 2024 gehen sollte, wenn der vorbei ist, dann verkaufe ich auch wirklich mein komplettes Krypto-Portfolio und nehme da die Gewinne mit. Also, da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich jetzt ordentliche Kryptos auswählen? Also wie wähle ich meine Altcoins aus? Es gibt sehr viele Altcoins, die haben ein Chartbild im Sinne von 2021 Allzeit hoch markiert. Jetzt sind wir zurückgekommen, nochmal Allzeit tief markiert. Also unter die Tiefststände von 2020, 2021 und jetzt laufen wir irgendwie seitwärts. Solche Kryptos, die möchte ich vermeiden. Für mich spannend sind Kryptos, die 2021 eine extreme Rallye hingelegt haben, jetzt korrigiert haben, aber eben ihre komplette Rallye nicht wieder abgegeben haben. Stattdessen gehalten wurden, irgendwo in der Mitte der Rallye und jetzt einen Boden ausgebildet haben und diesen Boden nach oben verlassen haben. Also das heißt, wirklich nach oben ausgebrochen sind und auch wirklich dann Potenzial haben, jetzt wieder auf Allzeit hoch zu steigen. Das sind für mich die Coins, die aktuell noch am spannendsten sind. Da gibt es einige, die sind in dieser Rallye eben noch nicht ganz so weit fortgeschritten und das sind für mich die Kryptos, die am spannendsten sind. Ganz uninteressant sind Kryptowährungen wie zum Beispiel XRP, die eben auch 2021 oder 2022 nicht auf ihre Allzeithochs gestiegen sind. Das sind für mich die Coins, die am wenigsten interessant sind, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier eben jetzt in diesem Bullenzyklus auf Allzeithochs steigen, auf neue Allzeithochs, die ist deutlich, deutlich geringer als bei anderen Coins. Natürlich nicht gleich null, aber eben deutlich geringer als bei Coins, die gezeigt haben, dass sie im letzten Bullenzyklus extrem weit gelaufen sind. Und jetzt eben im Bärenmarkt nicht alles wieder abgegeben haben. Das sind für mich wirklich die spannendsten Kryptowährungen im Moment. Und als Beispiel kann ich euch hier beispielsweise Engine nennen. Hier haben wir eben auch eine saubere Rallye gesehen 2021 mit dieser Top-Bildung. Und dann hier 2022 die Korrektur, hier die Bodenbildungsphase. Und jetzt sind wir eben gerade in dieser Ausbruchsphase und hier sind wir noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Und da können wir eben trotzdem davon ausgehen, dass hier dann dieser Impuls Richtung Allzeithoch kommt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Ebenfalls ein gutes Beispiel ist Cardano. Cardano ist auch ein Coin, der relativ lange schon etabliert ist am Kryptomarkt. Hier haben wir eben diesen Impuls. Dann jetzt die Korrektur. Hier die Bodenbildungsphase. Und hier ungefähr habe ich den auch beispielsweise in mein Krypto-Portfolio gekauft. Oder hier, ich weiß es gar nicht mehr ganz, ich habe ihn auf jeden Fall hier in dieser Bodenbildung gekauft und bin mit Cardano relativ nett im Plus. Hier sind wir schon ein Stückchen weiter fortgeschritten. Das senkt natürlich auch das CAV, also das Chance-Risiko-Verhältnis für diese Rallye, weil natürlich auch die Downside auf der anderen Seite deutlich höher ist, als wenn ich hier unten kaufe. Aber ist auch nochmal ein schönes Beispiel für eben genau dieses Setup. Das sind so die häufigsten Setups, die man beobachten kann am Kryptomarkt. Einfach weil es viele Kryptos noch nicht so lange gibt. Also es gibt ganz wenig Kryptowährungen, die wirklich so einen langfristigen Aufwärtstrend haben. Das ist natürlich Bitcoin oder auch Ethereum, auch wenn der gar nicht so schön ist. Oder auch BNB und sowas. Also das sind so einige wenige, die eben diese langfristigen Aufwärtstrends haben, die aber auch dementsprechend keine so extrem hohen Chance-Risiko-Verhältnisse haben. Das war es auch schon wieder zu unserem Krypto-Slash-Bitcoin-Update. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest einige nützliche Informationen für dich mitnehmen. Der Fahrplan läuft, der Fahrplan ist aktiv und läuft eigentlich wie am Schnürchen. Wir posten, wie gesagt, jede Woche immer ein Update am Wochenende zum Bitcoin mit den neuesten Kurszielen, passend zur neuesten Entwicklung. Einfach da reinschauen. Wie gesagt, ist kostenlos. Also ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Also soll ich Geld bezahlen, damit ihr da reingeht? Ich weiß nicht. Also wie gesagt, geht einfach da rein. Es ist kostenlos. Wir posten Updates, wie gesagt, jede Woche zu Krypto, aber eben auch zu Aktien, zu Gold etc. Also die komplette Gold-Rallye war da auch komplett drin mit Kurszielen, bevor sie passiert ist. Kostenlos. Geht da unbedingt rein. Und genauso auch Instagram. Folgt uns auf Instagram. Da kommen fast jeden Tag richtig hilfreiche Insights zu Trading, zu Börse mit Setups etc. Wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Ganz wichtig. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.